hey leute es gibt diesmal keine neue folge hexet nein ich will einfach mal was klarstellen dass in diesem video bekommt immer antworten von mir was mit hexet wirklich passiert ist leute die den kanal schon länger verfolgen kennen das format hexetogether von mir und atomschinken und ich wurde jetzt schon öfters gefragt warum das jetzt schon so lange nicht mehr kam und das hat einen ganz einfachen grund wir hatten keine zeit das aufzunehmen wir haben uns nicht gestritten haben wollen das projekt nicht mehr machen oder so dass daran nicht um das mal klargestellt zu haben wir haben keine zeit gefunden das aufzunehmen und anschließend ist der gute alter atomschinken dann auch noch umgezogen und ist im umzug stress momentan immer noch und hat da auch ein paar probleme noch und deswegen können wir momentan nicht hexet aufnehmen so leid es uns tut hexet wird irgendwann wieder kommen habe auch mit ihm gesprochen gesprochen bzw geschrieben dass er wahrscheinlich in den nächsten wochen wahrscheinlich hoffentlich wieder zeit findet man ein zwei folgen hexet aufzunehmen das projekt ist nicht abgesetzt nicht vorbei oder so aber ich wollte einfach mal in diesem kurzen video dazu sagen was damit passiert ist und damit ihr einfach wisst was los ist und ja werden dann mal sehen wann die ersten folgen wieder kommen und das ist wahrscheinlich so das letzte update jetzt dazu und ihr sieht dann ja wann einfach wieder eine folge kommt also jetzt sitzt bitte nicht da und wartet drauf aber es wird irgendwann eine kommen und dann seht ihr das ja aber ich denke das war jetzt einfach mal nötig dass wir einfach mal sagen was passiert ist die ganze zeit gut danke dass ihr euch die zwei minuten zwei minuten 30 jetzt angehört hat zwei minuten 10 ja dankeschön bis denn